Ich bin Josef Cenerlil, Kaplan von Nathes und Mund, und ich komme aus Indien. Heute hört ihr das Hoffnungswort aus Nathes. Das Thema des heutigen Hoffnungswortes lautet, Advent, eine Zeit der Hoffnung, unsere Hoffnung auf Heil. Am Sonntag haben wir gemeinsam die diesjährige Adventzeit angefangen. Dabei sind wir auch in ein neues Kirchenjahr eingetreten. Mit dem ersten Adventssonntag hat eine wichtige Zeit begonnen. Der Advent ist die besondere Zeit der Verbreitung auf das Weihnachtsfest. Wir bereiten uns vor auf das Fest von Weihnachten, an dem wir die Geburt des Jesuskindes im Stahl von Bethlehem feiern. Der Mensch braucht Hoffnung. Deshalb hat man schon in der frühen Christenheit die Adventzeit an den Anfang des Kirchenjahres gesetzt. Gott hat den Menschen durch seine Propheten immer wieder versprochen, dass er ihnen den Erlöser und Retter schicken würde. Daraus erhaftet sich für die Menschen, die vor der Geburt von Jesus lebten, eine Erwartungshaltung oder eine Zeit der Hoffnung. Deshalb feiern wir zu Beginn des Kirchenjahres vier Wochen Advent. Das Grün des Adventkranzes, die Adventkerzen, die adventlichen Lieder helfen uns in der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Zum Zeigen dieser Vorbereitung gibt es vier Kirchenjahres vier Kirchenjahres, die nacheinander entsündet werden. An jedem Adventssonntag eine weitere, bis das Christkind vor der Tür steht. Die erste Kirche sagt uns, Christus tritt in unsere Mitte. Er macht unser beisamen Sein kell. Nutze die Zeit und öffne dich, damit Jesus bei dir ankommen kann. Die zweite Kirche sagt uns, nutze die Zeit und werde still, damit Jesus dich erreichen kann. Die dritte Kirche sagt uns, nutze die Zeit und bringe dorthin Licht, wo die Finsternis Menschen bedrückt. Die vierte Kirche sagt uns, nutze die Zeit und wende dich Gott von Neuem zu, damit die Freude in deinem Herzen einkehrt. Ohne Hoffnung wird das Leben bitter. Gott verspricht denen, die seinen Willen tun, ewiges Leben. Und in der Adventzeit ernähren wir uns nicht nur, dass Gott Mensch wurde, sondern wir hoffen auf neues Heil. Deshalb kann Advent immer nur geheimnisvolle Vorfreude sein. Was Gott uns einmal wirklich alles geben will, werden wir erst erfahren, wenn es so weit ist. Das heißt, das schönste Zeit steht noch bevor. In diesem Sinn bedeutet Advent eine Zeit der Hoffnung, unsere Hoffnung auf Heil. Ich wünsche euch allen ein gutes, neues, gesundes Kirchenjahr und eine gesegnete und besinnliche Adventzeit. Merci für wichtig element. Vielen Dank.